Sie schauen die News auf TV. Ein Schicksal, das viele Ostschweizer bewegt. Kurz vor Weihnachten 2016 brennt Zweifel das Geschäft und Wohnhaus vom Schuhmacher Antonio Mente. Lange wird der Italiener der Behörden am Wiederaufbau gehindert, da es sein Boden mit Giftstoff belastet ist. Jetzt aber kommt er seinem Ziel einen Schritt näher. Daniel Sager. Es war ein Schock, als Antonio Mente sein Haus im Dezember 2016 runterbrannt. Über 30 Jahre hat er darin gearbeitet und gewohnt. Momentan konnte er sein Schuhgeschäft zwar übergangsweise an einem neuen Ort aufmachen, doch immer war für ihn klar, dass er wieder in sein altes Haus zurück wollte. Das war mein Leben. Ich bin vor 51 Jahren wievrede gegangen. Ich habe so ein Haus gekauft und jetzt will ich wieder hier raus. Dann war ich ganz arme Probe, wenn ich wievrede gehe. Und wievrede hat er mich die Chance gegeben, die Haus gekauft und jetzt wird er wieder aufgebaut. Und dem Wiederaufbau von seinem Haus ist er jetzt einen Schritt näher gekommen. Antonio Mente wollte zwar im letzten Jahr schon ein Baugesuch für einen Neubau einreichen, doch das wurde vom kantonalen Umweltamt bis vor kurzem sistiert. Das, weil auf dem Grundstück giftige Altlasten aus der früheren Nutzung durch die Chemieindustrie vermutet worden sind. Der Kanton hat darum schon 2009 festgelegt, dass die Belastung vom Grundstück bis 2018 überprüft werden muss. Das ist der Grund jetzt auch für die Verzögerungen an diesem Wiederaufbau, der natürlich schneller hätte gehen müssen, ist uns auch klar, aber nicht hätte schneller gemacht werden können, weil es wäre natürlich falsch, wenn am Standort gebaut wird und man müsste nachträglich dann sagen, jetzt muss man sanieren. Die Überprüfung vom Kanton hat jetzt ergeben, dass der Boden zwar saniert werden muss, das kann aber im Zug von einem Wiederaufbau gemacht werden. Wir können jetzt eine Eingriffsbewilligung erteilen, dass man eben diesen Bau machen kann. Im Zug vom Bau wird dieser Teil entfernt, der die höchsten Belastungen hat. Wenn dann nach dem Bau immer noch erhöhte Werte festgestellt würden, dann könnte man in einem zweiten Schritt auch noch das Grundwasser fassen und ableiten. Diese Massnahmen sind jetzt bereits in den Projekten so vorgesehen. Für Antonio Mente ist das zwar ein Lichtblick, trotzdem könnte für ihn die Sanierung auch teuer werden. Zwischen 10 und 30 Prozent der Sanierungskosten muss er als aktueller Eigentümer übernehmen. Das Baugesuche liegt momentan bei den Gemeinden und muss dort noch bewilligt werden. Dass das klappt, ist Antonio Mente zuversichtlich. Er hofft darum, das Provisorium schon bald wieder zu verlassen. Die Arbeit ist genau gleich wie vorher. Aber wie gesagt, das Provisorium ist schon gut, aber schon lieber drei. Nächste Woche können die Abbracharbeiten anfangen. Und wenn alles gut läuft und bewilligt wird, kann der Wiederaufbau von Antonio Mentes im Dihaio schon in ein bis zwei Monaten starten.